Tobias Ered, 3-2 Minimeister. Mit dem Arm in Inflatt, der eigentlich hier gut mitgespielt hat. Und sich jetzt 40 in einem 5-2 Schatz findet, wo er sehr weit hinten nimmt. Aber es wird nun wirklich. 7-7. 8-8. 8-8. 8-8. 9-9. Steigespiel von beiden. Und der Matchball für Armin Ufe. 100-8. 8-9. Vielen Dank.